Sehr wichtiges Spiel, keine Frage. Bedeutsames Spiel in der Situation, wir müssen es einfach auch schaffen, mal in Führung zu gehen und dann glaube ich auch, dass sich möglicherweise auch der Knoten so platzt, wie wir uns das alle wünschen und vorstellen. Die Mannschaft, wie gesagt, trainiert sehr, sehr konzentriert und das müssen wir einfach auch mal schaffen, in Führung zu gehen. Dann glaube ich auch, dass es um einiges leichter wird. Wie gesagt, wird es sicherlich auch ein Kampfspiel, weil Augsburg das auch anbietet. Diesen Kampf müssen wir annehmen und dann auch mit unserer spielerischen Klasse auch dementsprechend den Bokko umstoßen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man positiv vorangeht, dass man auch optimist ist. Deswegen auch, weil ich auch die Qualität in der Mannschaft sehe. Die Mannschaft hat den Kampf, den wir jetzt gerade bestreiten, angenommen. Das hat man auch gesehen, weil wenn man jetzt im Bielefeld 0-1 hinten ist in der Verfassung, wo wir gerade sind oder in der Tabelle, wo wir gerade stehen, kann man auch sich anders präsentieren. Und da hat die Mannschaft schon auch Charaktermentalität bewiesen, diesen Widerstand auch zu überstehen. Und ich mache mir jetzt grundsätzlich keine Sorgen. Das wäre jetzt nicht der richtige Ansatz. Natürlich, man muss der Realität auch ins Auge schauen, dass es ein wahnsinnig wichtiges Spiel ist für beide Vereine. Wir sind zu Hause, wir möchten einfach auch den Schwung mitnehmen und wir können besser Fußball spielen. Und dieses Selbstvertrauen müssen wir uns auch wieder erarbeiten und das können wir nur, wenn wir auf der einen Seite gut verteidigen, aber auch die Angriffe nach vorne vielleicht besser wie in Bielefeld schneller und konsequenter fertig zu spielen.